hallo ich habe so was zu machen gucken wie gut der ist ich habe heute vor die richtige Maschine zu finden ach da bist du versenkt der Ziege nein das wollte ich noch nicht oh man was wird denn da raus jetzt eigentlich ich habe drei Eisen reingeschmissen was wird aus Eisen haben wir Sand und Ton Sand habe ich hier 20 Stück du hast drei Eisen reingeschmissen ja klar es kommt heißes Eisen raus ja aber jetzt kommt gleich das Richtige raus was kann man denn eigentlich mit heißem Eisen machen kaltes Eisen ich kann ja mal versuchen ins Wasser zu schmeißen heißer Eisenhammerkopf okay und du bringst mir was ein elektrischer Stahl Maschinenhülle und Basiszahne hast du Jammer ja ich habe Basiszahne ich habe Basic Gear und Piston und halt die Teile die du mir gegeben hast die Tanks und die Maschinenhülle welche Maschinenhülle die in der Mitte von dem und auf den Gürtse wo lichten die äh musst du bauen oh so das hast du mir ruhig immer sagen können oh mach ich schnell ich habe das meiste davon eigentlich glaube ich noch einstecken jetzt bin ich gerade am holen von Zeug ey die O sind lauter sind lauter Creeper passiert ja das ist nicht gut bitte hol ihn äh wer hat mal dein Tier los das ist ja schlimm du lockst die ja regelrecht an hier wenn er das Tier los wird dann hast du die Dinger und Bumpen machen hm und wenn dir das lieber gefällt Mythos guck doch mal wie viele hier sind die kommen doch überhaupt erst durch die da sollen sie explodieren da sollen sie lieber einzeln explodieren und dafür aber nicht herkommen so wie das du spielst dich zack dich und dich ach das ist bronze nein hab ich denn jetzt falsch oder so dusche durch vorher mal sagen mal jetzt ein paar wenig natürlich wieder falsch kommen zack als wenn du die hier irgendwie anziehen würdest so jetzt wollte ich wissen warum kriege ich den Ofen hier sind schon wieder so viele haut ab hier ihr habt ihr nichts verloren ja mhm äh elektrische Eisen rund das hier ach danke juh juh übel hab einen gemacht ja steh auf so ok äh aktuell abbaubar nein ich will den ja nicht abbauen denen am dümmsten wir den ja bloß wir bloß drauf zugreifen irgendwie so und was kann man da reintun oder gehört der zu dem Lennstoff ah schau Recipes Eis und Fuel zum Beispiel so oder Eis und Öl oder ach ja das braucht ja ein Kühlzeug und ein verbrennbares das Thema hierbei geht nicht ah Wasser geht auch einfach hey Wasser und Wasser äh so was zeigst du mir denn noch an was davon können wir denn relativ einfach herstellen wie geht es Fusel da an hey Fusel wäre in einem Bottich mit äh Kartoffeln und Zucker was Fusel ja was ist denn Fusel na halt Fusel passiert nichts ich hab ja Ethanol äh Leute ich hab hier versenkter Ofenkern was mach ich damit wie krieg ich den funktionstüchtig ach was auch immer das ist so dann müssen wir einen The Vet machen äh mhm wo oder wir finden Öl die findet man in Öl das auch wieder gut äh Leute was mache ich mit dem versenkten Ofen ich hab einen versenkten Ofen gemacht aber ich kann ihn nicht nutzen mhm das ist immer sein dann doppelter Ofen haben wir sowas schon mhm wir können auch ne Destille bauen da können wir Biomasse zu Ethanol machen äh könnten wir ach hier ist schon so ein versenkter Ofen ja das kannst du ja aber wie mach ich den funktionsfähig wir machen ne Destille weil hier an dem an dem Dings funktioniert es nicht ähm ähm äh doppelter Ofen haben wir sowas schon doppelter Ofen jetzt und Öfen mangelt es uns nicht ja und Öfen mangelt es uns nicht gerade gerade ach gerade auf den kann ich auch mal wieder einsammeln mal gucken was es noch so gibt also was willst du jetzt bauen Jammer für Dings ähm diesen äh äh Distille äh Distille äh von Forestry oder ich denke ja so einiges aber äh da brauchen wir wieder das robuste Zeug ähm Lampenregler ok was denn für robustes Zeug äh was hast denn du bisher schon davon äh dieses mittlere Ding ok also eigentlich nur noch Glas Glas kommt da können wir dann unseren Bioabfall zu Treibstoffen wo da bist du aber den kann man nicht craften Hilfe ach man dann drück ich ja nicht mal was das Ding schießt zack ich habe meine Distille braucht die Strom bestimmt ich tue es einfach mal hier an so am Ende braucht sie mehr Strom als dass er das Zeug generiert was wir brauchen nee denke ich nicht wäre ja so ein Schwachsinn so jetzt müssen wir Biomasse machen Biomasse aus irgendwas Biomäsigen wahrscheinlich das funktioniert im Fermenter was haben wir denn äh wir haben noch so viel Kartoffeln ich habe von dem Fermenter auch noch dieses mittlere Ding haben wir Seelaternen wahrscheinlich nicht was Seelaternen haben wir wahrscheinlich nicht Duffy machst du mal bitte noch vier Bronze Gears Bronze Gears Don't break tower sofort danke mal schauen ob das jetzt mit Kartoffeln funktioniert guck grad so ein bisschen durch was man so vielleicht brauchen könnte man guckle doch nicht Auto Package keine Kartoffeln oh Duffy du musst du kannst die Distille nichts rein tun du musst erst mal müssen wir den Fermenter machen was braucht ihr denn ich hab nur gedacht vielleicht dann kannst du Kartoffeln benutzt wofür ist eigentlich ein Sterling Generator da ja der macht aus Wärme Energie aber das eben auch nur sehr wenig von also äh Verbrennungsgenerator äh was wären das was am meisten wir brauchen wir haben wir haben schon einen Generator das wäre dieser Nuklearspaß da äh ja wollen wir uns da nicht mal dran machen was ja du farmst bumm was braucht man denn dafür alles warte mal alles denke mal ist wahrscheinlich auch in Englisch mhm also ein Kupferzahnrad habe ich jetzt die Hammer ich glaube ich denke Bronze ach Bronze ja hab ich keins wow ach Mensch Duffy ja immer mit der Ruhe äh ok Beat in Gold großen ist Zahnrad dafür brauche ich Bronze davon ich habe jetzt schon zwei in der Zeit Beat Essence ja was ist da noch es fehlt nur an ein bisschen Gold bei mir ok da ich habe jetzt auch gleich welche wo bekommen wir ein Lead her was ist er denn Metos willst du jetzt wirklich das Nuklearding bauen ja wenn ich herausfinde wie man an Lead kommt Metos es reicht nicht nur diesen einen Kern zu bauen du musst da drum rum noch alles mögliche bauen ja ich weiß aber wir könnten es ja mal versuchen ne dann mach ruhig aber wo bekomme ich das her wie wo im Boden liegt gibt es im Boden ich weiß nicht ja es ist Blei ja ich weiß dass es Blei ist hast du gerade gesagt Lead Metos Lead wenn es Metall ist Blei halt die Klappe sonst heißt es Führung dann gucke ich mal gucke ich mal ähm ob ich da irgendwo was finde was wollte ich denn gerade machen irgendwas Unnützes in meinem Inventar ja und ich brauche noch vier Glas ähm Moment 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 ich hatte doch gerade noch vier Glas einstecken ihr wisst nicht zufällig äh wo man wo man ähm äh herbekommen was was er bekommt den Blei Blei ja Blei sag ich doch das haben wir doch schon gewaltigen Mengen brummt doch einfach mal an die Truhen da unten ist noch zwei Glas ja mal gucken was ihr äh wo habe ich ihnen die ganzen Glasdinge hin habe ich dir schon Glas gegeben Jammer war nochmal der Ausgang oh oh weiß ich nicht wo ich das Glas hin habe ich hatte vorher noch viel Glas ich hier geht's nicht raus hab ich bestimmt für irgendwas verkraftet dann mach doch einfach noch ein bisschen Glas ja ich muss ich bin doch erst am Samt suchen ja und da ja dies das müsste jetzt ja mach mal noch ein bisschen der dunkel aber wir sollten ja bald oh hier geht's raus das ist ja schön oh hier geht's Glas yeah ich bin raus äh Glas ja hab ich doch hingeschmissen liegt in der so weit weg äh Entschuldigung was ihr nicht bewegen musst braucht das Ding auch Energie einfach mal hinsetzen offensichtlich okay dann gucke ich jetzt in eure Ton kann ich da jetzt Kartoffeln rein schmeißen ja ja und unten muss Dünger hin und den kann man aus geschredderten Zeug machen ja nicht geschredderten was wir können Pflanzen äh Samen und so weiter da ist Dünger Forest ne das ist der falsche Dünger was nur dieses kleine Messer na jetzt hab ich dich hier raus da ist noch was drin kleines Messer wir hatten noch mal so ein kleines Messer mit dem du mal unser ganzes zu essen zunichte gemacht hast äh ähm ähm glaubt das war Methos wo habt ihr die Gussform da war er dann über zerstückeltes Essen ganz froh wenn man das nicht essen kann wo habt ihr die Gussform für Barren wir haben noch keine für Barren müsste einer machen hier ist ein kleines Jammer meinst du das hier nein das ist schon das große okay äh hat man das große äh kleine vielleicht gebraucht zum Dünger egal wir machen einfach Dünger Daffi mach mal Dünger da ist ein klein Daffi das ist wahrscheinlich auch wieder dasselbe das ist dasselbe Daffi ey so nehm einfach mal ein bisschen Brüchen so nehm einfach mal ein bisschen Brüchen zack Barren Gussform so Brüchen hab ich Daffi willst du gucken Gold ja ey ich muss tatsächlich mal was essen sonst sterbe ich ja dann muss da ein Barren rein ähm ich nehm aber besser einen Barren den nom und nom Leute durch durch jetzt geht das wohl nicht durch na irgendwas muss links glaube ich noch rein ähm kein Treibstoff diese Maschine benötigt mehr Treibstoff also Kompost geht also Kompost geht Dünger und Mulch davon auch ein Barren vorsitzhalber Fruchtsaft Wasser Honig auf der linken Seite ach damit gehts damit gehts da haben wir doch mal Wasser sollten wir doch eigentlich hier irgendwo haben damit gehts nicht äh da ist nicht genug Gold drin ach du Geni haben wir noch irgendwo Gold ähm ich hab noch 14 Pimpchen haben wir diesen blauen Dünger irgendwo diese blauen Teile die hatten wir doch früher in rauen Mengen Gold Essenz äh ja Apatit meinst du ja Essen sollte ich auch zwischendurch mit Zip so gut hier ist das kleine Messer ah blödes das wird jetzt erstmal ne Weile dauern auch geht eigentlich danke das packen wir wieder weg das auch Spinnennetze nochmal gedroppt ok seit wann denn das oh erstmal weg seit mod ja so dann Wasser ist auf jeden Fall du gönnen gut jetzt aber funktioniert es ja immer nein es fehlt doch noch der Dünger und das brauchen wir Apatit ja ja ich hab mir gedacht du hast was gefunden ich denke wo haben wir den Fernse Zeug denn bitte so ok gut das haben wir dann das da rein äh dann brauche ich brauche ich drei so ich hoffe davon haben wir genug so ich hoffe davon haben wir genug so ich hoffe davon haben wir genug jetzt äh ok so so das Ding das das scheint aus wie du der ist ein bisschen äh böser der Zombie hier das bitte dropp doch deine Waffe Zombie ja ich hab keine Ahnung haua ich steck mal wieder im Feld Mensch ein hauen dann ist bei mir Schluss ja schön nachdem ich nen auf ein halbes Herz runter gehauen hab was hat denn er getroffen ist eine karotte ich hätte gern die rüstung für den zombie gehabt wer verbraucht das denn ich muss mal mehr als genug also wir haben jetzt auf jeden fall eine barrenkuss form heute doch eigentlich was wollte ich eigentlich machen was wollte ich eigentlich machen ist eine doofe aussage ja ich weiß da brauche ich zwei genau und ich brauche ausrüstungsgegenstände die bald kaputt sind eigentlich moment ich schaue mal naja meine rüstung ist ein bisschen geholfen ist der halb an gold da jetzt warten wir bis titanium geht auch noch wir sind schon wieder bei 18 minuten ja ich bin gerade am rüberweg hier ach da brauche ich einen haufen zeug sage ich schon mal tschüss tschüss ja okay bis zum nächsten mal und tschüss tschüss